Alarmstuhl rot! Alle verfügbaren Superhelden zum Tati Kakasee! Ich mein's ernst, hier ist was im B-B-B-Busch? Hier ist was im B-B-B-Busch und damit herzlich willkommen zurück zu South Park The Fractured Butthole. Ja, der letzte DLC ist draußen schon ein paar Tage, ich hab's erst jetzt wieder gemerkt, und zwar mit dem krassen Darm Bring The Crunch. Ja, es wird uns an den Tati Kakasee führen, es wird wieder eine neue Klasse geben, es wird wieder eine neue kleine Story geben. Den letzten DLC fand ich so, ich sag mal, 6 von 10 Punkte mäßig, aber mal gucken. Ich stehe zum Glück schon am DLC-Busch. Ich muss hier ran, oder? Richtig. Bring den Crunch. Auf geht's! Ja, eigentlich wollte ich mit God of War anfangen diese Woche, aber als ich jetzt gesehen hab, dass der DLC draußen ist, äh, machen wir doch erst mal das hier. Und es soll wohl alles so ein bisschen Horrorfilm-basiert sein. Mintberry Crunch, das Final Girl und vieles, was du dir in Bring Den Crunch noch verdienst, kannst du in allen Spielständen benutzen. Also Mintberry Crunch ist, äh, kennt man aus den Superhelden-Folgen von South Park, ist einer von den Kindern hier, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Ähm, und das Final Girl ist einerseits die neue Klasse und andererseits eine Horror-Film-Trope, also so ein wiederkehrendes Element aus Horror-Filmen. Nämlich, dass da eben immer so ein Mädchen am Ende übrig bleibt, meistens die Jungfrau. Was natürlich auch den kulturellen Hintergrund von Amerika hat, weil die, äh, sind ja da manchmal ein bisschen prüde. Und deswegen muss natürlich die Jungfrau am Ende überleben und die Sünder müssen alle sterben. Oh, der unheimliche Farmer, hi! Hi? Verdammt! Ah! Ja, ah! Hier kann ich mir theoretisch was kaufen. Grey Ham Cracker, die sind neu, glaube ich. Schmecken auch nach 10, ja, noch... Benötigte Zutat für den S'more. Okay. Dann nehmen wir das mal mit. So. Sonst noch irgendwas? Hier an die Tür kommen wir nicht. Hier ist nix weiter. Out of order. Okay. Dann zum Late-Tartig-Kacker. Ich weiß, was du denkst. Der sagt mir gleich, dass ich den Weg nicht lang gehen soll. Ja, ganz recht. Wenn du schlau bist, fahr mit dem DLC-Bus wieder hin, wo du hergekommen bist. Ich sag dir eins. Du willst den Weg gar nicht nehmen. Angeblich führt der Weg in ein Camp, wo die Kinder alle ganz komisch reden. Als hätten sie sie nicht mehr alle. Also Schweizer? Du hast sie dann vielleicht auch nicht mehr alle. Okay. Aber wir wollen natürlich da lang gehen, denn ich hab Geld hierfür bezahlt. Hallo, da ist ein Rucksack. Ich seh ihr Rucksack. Ich seh ihr Items. Du willst immer noch da lang, ne? Tja, dann mach's mal gut. Halt die Schnauze. Ich bin gespannt. Ist natürlich bestimmt ne Anspielung auf Camp Crystal Lake, oder? Mit Freddy. Äh, mit Freddy sei schon. Jason. Die anderen sind wohl beschäftigt. Es hängt an uns beiden. Ihr braucht wohl ein wenig. Chaos! Professor Chaos, du willst auch helfen? Das kommt unerwartet. Ich meine, Schurken sind wohl nicht nur böse. Nein, ich bin immer noch böse. Ich wollte nur den Superschurken-Blitz-Simulator ausprobieren. Cool, was? Schau, da oben. Das kommt auf uns zu. Alle Mann in den... Alle Mann in den... Alle Mann in den... Alle Mann in den... Runterverdammt. Scha-pla-goo. Mit Barry Crunch. Wow, das war der coolste Auftritt aller Zeiten. So cool war der auch nicht. Habt ihr nicht mal Blitze? Ich bin's, euer Freund Mintberry Crunch. Ich erhielt euren Hilferuf in den Bärenbergwerk meines Heimatplaneten. Ich bin hier, um zu helfen. Großartig. Heißt er, glaub ich, mit richtigen Namen und... Oh, Blutspuren. Ich sehe schon, wo es wohl lang gehen muss. Aber... Also Blutspuren folgen, ne? Dürfte klar sein. Aber ja, wie gesagt, das dürfte eine sehr krasse Anspielung auf Freitag der 13. Sende sein. Aber wie immer in einem Rollenspiel wird erstmal ordentlich gelotet. Wieso hab ich meine Stimme gerade so verstellt? Ihr dürft mich jetzt dafür deabonnieren. Nein, bitte nicht. Bleibt bei mir. Abonniert mich lieber, wenn ihr es noch nicht getan habt. Sieht aus, als hätten die Betreuer die Dusche renoviert, bevor sie verschwunden sind. Sie würden das Lager nie einfach so verlassen. Es muss... was passiert sein. Das ist euch ziemlich mysteriös. Denkst du, da ist was Finsteres im Gange? Nein, mein Gang ist halt so. Komm, such mit uns im Wald nach Hinweisen. Da ist Böses im Busch. Böse! Entschuldigung. Ja, die Frage ist, wer ist es? Ist es Jason Voorhees? Ist es Freddy Krüger? Also, ist es Jason vs. Freddy? Ja, ja. Lass mich doch erstmal machen. Oder sollte ich vielleicht erstmal draußen rum gucken? Lake Tardikaka. Äh... Ich sehe da oben was blitzen. Ein Kochrezept. Perfect Potato Salad. Der perfekte Kartoffelsalat. Äh... Fireside Smaus. Ah, okay. Das ist... Äh... Dafür brauchen wir diese Cracker. Hm. Geh erst mal... Sorry, ich geh erstmal raus. Zieh, erstmal draußen gucken. Und dieser einen Glutspur hier folgen. Hey, ich seh da ein paar Hinweise... Hey, Finger weg von den Beweisen! Ah, ja. Hi. Dann müssen wir wohl irgendwie vorbei. Jetzt muss ich natürlich mich erstmal wieder an alles gewöhnen, ne? Weil... Ja, das gleiche brauchen wir Chaos. Lange nicht gespielt. Aber ich denke mal, es ist wie Fahrrad fahren. Dauert noch ein paar Minuten und ich habe alles wieder intus. Los, mein Kleiner! Ja, genau. Furzgas ansammeln und rauskatapultieren. Juhu! Einfach, aber effizient. Ich habe gute Augen, was? Allerdings, Junge. Und ich habe ein gutes Arschlo. Ich nenne es Vater. Weiter geht's. Ähm... Hi. Okidoki, neue Gegner. Es sind Gruselmonster. Ich finde es klasse. Ich denke mal, das Team ist wieder festgesetzt für den DLC. Aber macht ja auch Sinn, ne? Wir sollen ja mal ein bisschen Mintberry hier ausprobieren. Zurück, Freunde! Ich mach das! Ja, danke. Hier kommt die Erklärung mit Berry Crunch. Perfekt. Er besiegt die Monster und wir schauen zu. Sein cooler Auftritt heißt nicht, dass er die Monster besiegt. Geschmacksexplosion! Ok, ganz kurz. Bewege dich auf das hervorgehobene Feld. Mann, lass es mich doch selber ausprobieren, bitte. Ähm... Säubert und Minst verbündete. Bär... Ernsthaft. Bär... Bär... Dikt. Gegner. Wähle Geschmacksexplosion mit Kreis und benutze dann L, um einen Gegner und einen Verbündeten auszuwählen. Ja? Was machst du denn da? Ich liebe mein Schurkenlachen. Ok, ich bin geminzt. Was auch immer geminzt jetzt bedeutet. Und das blöde Monster ist voller Bären. Ah, okay, alles klar, das ist ein Schild. Wenn ein gebärter Gegner einen Minzfreund angreift, macht er keinen Schaden. Gott sei Dank. Ah, alles klar, das ist eine interessante Fähigkeit. Ja, wird gemacht. Geistein. Habe ich noch aus dem letzten DLC. Okay, was jetzt? Ja, was haben wir denn jetzt? Also, wir hätten noch Minzabflug, Säubert und Minst verbündete und flieht dann. Und Bärenschuss verursacht Schaden, Rückstoß und Bärdikt. Ja, dann machen wir das doch mal hier auf die... Ah! Von den ganzen Minzen und Bären sind alle ganz kläbrig. Halt! Ich habe da noch meinen Stunt-Double. Der gute, alte, verlässliche Klon. Und zwar benutzt auch er Geisterhände. Ja, der ist ziemlich fies, ich weiß. Wie lange hält das jetzt eigentlich? Oh, der eine Typ ist schon down. Ähm... Na, hier auf ihn. Alles klar. Ähm... L1. Minst alle Verbündeten, Bärdikt alle Gegner und schadet ihn. Und schadet ihn. Geil. Brauchst du einen Energieschub, um es den bösen Jungs zu zeigen? Chablago! Minzbeere! Wecke den Helden in dir! Wie geil! So ein alter Werbespot. Aber ist das nicht ziemlich mächtig dann, die Ulti? Scheiße! Zeit für die schweren Geschütze! Befreit den Popo! Oh, ne, nicht die schon wieder. Ich bin zurück, Schätzchen! Spontaneous Boote! Sag doch, ich krieg deinen Arsch noch! Popo, vergiss die Mals, Baby! Nein! Meine Minzkräfte sind nicht stark genug, um so einen Riesenarsch zu erfrischen! Wir müssen hier weg! Oh, das schon wieder. Zur Hütte! Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz betonen, dass ich es nicht gerade gut finde, wenn man einen Endgegner recycelt. Aber was soll's, was soll's. Ich will nicht so negativ sein. Jaja. So, ich zieh dich. Jetzt versollt dir Grandepopo dein Kleimpopo. Mein Hintern hat Hunger! Oh, schau dich an! Ist das süß! Ne, halt, Moment! Den überspringen wir jetzt einfach mal so. Sorry, wegen des Zugs! Hier sind wir ihnen ausgeliefert! Bewegung! Ja, ja, ja. Moment, was konnte der nochmal? Trifft Feinde in der Nähe? Äh... Ja, komm, wir enden einfach mal den Zug, wir müssen einfach weg. Äh... Das können wir machen. Bzzz... Britzel. Mein Ciao! Schock ist immer noch so stark wie damals. Bum. Haha! Ja, ja. Aber wir müssen schnell weg. Augen rausspringen, Schätzchen. Wenn sie uns kriegt, sind wir ihr Frühstück. Köstlichkeit. Äh, hör auf den Weg! Das gehst du weg! Diesmal entkommst du mir nicht, Schätzchen! Doch, ich entkomme. Garantiert, Junge. Äh, beziehungsweise, äh, Dame. Echt gut gemacht! Sparitz! Raus aus der Einschlagzone! Äh... Ich würd' sagen, den hier! So, das war ziemlich fix, ne? Äh... Ja, mach den hier. Sepp, sepp, sepp! Nein! Der Grande Popo ist in Fahrt und nichts wird ihn aufhalten, Schätzchen! Berge dich nicht, Arschloss! Das ist jetzt natürlich scheiße für Baddows, ne? Ich huste und huste deinen Arsch weg! Ah, au! Soll ich Pflaster aus der Apotheke holen? Äh... Nein! Der Hirten will Blut sehen, Baby! Komm, schön, sieh... Sorry, Baddows, wir müssen dich zurücklassen. Lass dich von Grande Popo umarmen. Wir müssen hier verschwinden! Ja, ich weiß. Kram uns. Wunderarsch, was hast du getan? Sie ist sauer! Ja, ja, ja. Es ist ne alte Geschichte mit dir. Brrrr! Ich hab drei meiner zehn Kompels weggelegt, um das zu sehen! Interessant. Lass auch endlich weg! Brrrr! Nein! Okay, kein Rückstoß diesmal. Wirst du vom Menze verwehen? Kein viel! Tice, das ist jetzt unser Camp! Monster Camp! Nein! Brrrr! Diesmal krieg ich dich, Baby! Wunderarsch! Wut the fuck? Nein! Ich setz mich auf dich, bis dir die Augen springt. Okay, das war scheiße. Ich komm aber halt auch nicht zurück, ne? Aber ich kann zumindest die Ulti machen. Aber das wird, denke ich, ihren Arschklatscher nicht ablocken, oder? Ich muss, glaube ich, die Hindernisse besser benutzen, oder? Kann das sein? Mit einem Vollmagen lässt sich das aushalten. Habt an! Fertig oder nicht? Ich komme! Ja, bringt wirklich nichts. Schade. Ah! So ein letzter Spindepunkt. Hä? Wut the fuck? Oh, alles klar. Ja, kennen wir schon. So. Darf ich bitte was machen? Zur Hütte! Dankeschön! Ja, ab durch die Hütte bitte. Hier sind wir in ausgeliefert, Bewegung! Einfach weiter vor. Mein Hintern hat Hunger! Naja, ich fau den zurück. Okay, ich beschwöre wahrscheinlich doch lieber den Klon, weil der kann vielleicht so einen Zug abhalten. Das ist halt ein bisschen dieses... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ist ein bisschen scheiße, wenn die mich hier einfach umschubsen können. Kann man dagegen nicht irgendwas machen? Gab's da ein Item? Ich muss mal gucken. Gab's irgendwas? Äh, stößt alle Gegner im Zielbereich zurück, bewirkt Verteidigungsveränderung. Das habe ich... Teleportiert dich auf ein ausgewähltes Feld. Kommt schon, auch wenn ihr nicht so schnell seid wie ich! Das ist interessant. Funktioniert das nochmal? So weit vor kann ich nicht, okay? Also, ich könnte da hin. So. An ihn hole ich da hin und beschwöre... Den Lakaien kann ich nicht beschwören, weil kein Platz mehr ist. Mensch! Aber ich kann ihn hier noch britzeln. Sepp, sepp, sepp! Ja, im Zweifel einfach alle killen. Das ist eine gute Einstellung. Mein Hintern will Blut sehen, Baby. Oh ja, Baby. Dann warte, bis er deine Tage kriegt. Recht schaffen. Alter. Ich werde dir mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby. Walter, ich will nicht sterben. Tschüss. Tschüss. Jetzt versollt der Grande Popo deinen kleinen Popo. Diesmal entkommst du mir nicht, Schätzchen. So, was wollte ich bei ihm machen? Ja, mach halt mal den hier. Zack. Ja, klang's. Aber was soll's. Hurra. Einer weniger. Mit uns, Superfreundes. So, er geht hier in Deckung. Wenn sie uns kriegt, sind wir ihr Frühstück. Und du beschwörst den Lakaien. Zumindest ein kleines bisschen Laka-Kanonen-Foto. Waren wir raus, da Mexiko. So, ja, ich weiß. So, alles klar, danke. Und du bleibst einfach hier stehen. Richtig. Jetzt trifft's nämlich ihn. So. Klingt fies, aber ist so. So sieht's aus. Tut mir leid, Mexiko hat eine Scholei-Arbeitung. Ja, wir müssen echt weg. Ähm. Was war das hier nochmal? Ja, mach den. Wo ist der hin? Sie ist einfach zu popogantisch. So, ich geh mal jetzt den hier. Ey, gut gemacht. Oh man, dieser Popo ist zu viel für uns. Der muss ich wieder ein kleines bisschen Schützen vor mich stellen. Ja, mach das hier. Die Sensor. Ich hab noch nicht bei wen gegessen. Ciao. Scheiße, ich hab keinen Schutz. Das ist krass. Hey Schätzchen. Für diesen Hintern bist du nicht bereit. So. Äh, hier würde ich sagen... Ne, da kann ich mich gar nicht hinstellen, oder? Okay, stell ich einfach hier hin, macht gar nichts. Und du machst... Ach komm, du zappst ihn hier einfach. Zapp, zapp, zapp. Ciao. Jetzt kommt der hier. Nein, nicht mich. Ich kann da nichts gegen machen, Mann. Ich hab leider keine Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern. Der Arsch ist im Arsch. Ja, nice. Er kann da hinten wiederkommen. Das ist ausgezeichnet. Das funktioniert leider nur auf der Bahn, wo er ist. Dann würde ich sagen, greif ihn an. Ja, er war ziemlich fix. Das ist nicht so gut jetzt gerade. Aber mit Barry kommt auf jeden Fall durch. So, zapp mal hin hier. Schaut euch das an, Leute. Das wird so gut. Ich erschrecke euch vorne. Ich hab ein bisschen Pippi in der Hose, Leute. Wer hat Lust auf den Lose gewaltt? Professor K. Okay, nice. Der eine Schurker hat jetzt, ohne es zu wollen, Jimmy geblockt. Du schläfst nie wieder. Ja, ein Monster, das ich mich nicht treffen kann. Ja, ein Monster, das ich mich nicht treffen kann. Ich setz mich auf dich, bis dir die Augen rausspringen, Schätzchen. Ja, du setzt dich aber leider auf deine Freunde. Aber es ist gezeichnet. Also ich selber, mein eigener Charakter hat es zwar nicht durchgeschafft, aber... Egal. Ich kann die jetzt nochmal minzen hier. Brauchst du einen Energieschub, um es den bösen Jungs zu zeigen? Schablaro, Minzbeere. Wecke den Helden in dir. Na, schöner Einfall, wirklich. Nice. Oh, sehr gut. Okay, das hat gereicht. Ciao. Jetzt ein Matschtypen mit einem... Mit einer Arschbombe, aber die Tür hält sie jetzt auf. Klar. Du musst mich müde gemacht haben. Bei euch nennt man das Jetlag. Und der Arsch, es hängt an dir. Schau tief in deinen Arsch und finde die Kraft, uns zu retten. Kein Druck. Du kannst dich nicht für immer verstecken. Alles klar. Die sind in einer Maltöte gefangen, wie jedes letzte Mädchen in Horrorfilmen. Ja, nur, dass die am Ende überleben. Er hat recht. Egal, wie viel zu dir da geht, das letzte Mädchen überlebt. Ja, wenn wir uns die Kraft des Final Girls zunutze machen können, dann besiegen wir die Monster. Äh, warte. Okay, zurück. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss... Äh, jetzt so. Ging pausieren. Danke. Ich muss hier erstmal pausieren. Und dann hier hoch. So, dann habe ich jetzt erstmal das. Erste Hilfe-Set. Das haben wir hier noch. Das hier kann ich anzünden. Um es zum Explodieren zu bringen. Und ich kann das hier. So, alles klar. Damit habe ich das. Eine Kreissäge. Nein. Lol. So. Okay, äh, wieder pausieren. Hier wäre noch ein Schrank, wo was drin sein kann. Heiliger Boden, lol. Okay, und ich kann das hier, so. Okay, Moment. Nochmal pausieren. So, geht er hoch. Holte die Heckenschere. Ich muss jetzt noch ein paar Mal hier, äh, anhalten. Ja, 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 improvisierte Waffen. Ich weiß schon. Ich habe den Trailer gesehen, Junge. Ich weiß alles. So. Einmal hier hoch. Mach auf, Baby. Äh. Geht's hier? Nee, da komme ich nicht hoch. Hier, Moment. Hier muss ich bestimmt anhalten. Wegen der Bärenfalle. Und die Axt nehmen. So, Moment. Ich will wieder zurück, damit das Brett wieder heil ist. Hallo? Jetzt. Oh, ich glaube, ich muss hier nochmal. Komm raus, damit mein Hinter dich hat... Äh. Ja, ja, ich mache das schon. So, komme ich bestimmt hier hoch. Drücken kann. Mal anhalten. Alter, kann man den Strom nicht einfach irgendwo abstellen. Ich komme da nicht hoch. What the fuck? Ach so, alles klar. Hey, Baby. Ich bin hier mit ihm. Also, nochmal anhalten. Den rüberziehen. Äh, äh. Sorry. Ja. Ja. Hä? Wie komme ich da hoch? Ach so, warte. Gehe ich es von hier dahin? Nee, leider nicht. What the fuck? Moment. Das wieder zurück. Nee, das war die... Ach, scheiße. Das war anhalten. Sorry. Ich hab's gleich. Moment. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Dann mal zurückspulen. So. Ähm. Leider anhalten? Nee. Hä? Wenn ich hier drüber gehe, passiert... Ja, passiert genau das. So, aber... Reiz langsam. Nicht mehr. Okay. Zum Glück muss ich es nicht alles nochmal machen. ... ... ... ... ... Ja. Ja. Alles klar. Okay. Ich hab's. Ich hab's. So. Jetzt komme ich nämlich da hoch. Also, ich kann jetzt auf den Schraubstock, über das Brett, auf die Kiste. So, dann alles zurückspulen. So, jetzt das Ding. Und... Und ich hab den Hammer. Alles klar. Ja, ja. Äh, Moment. So. Okay, was machen wir jetzt? Gut, du hast deine Waffen. Jetzt musst du die Überlebenskraft der Final Girls aus allen Horrorfilmen kanalisieren. Aber ich bin ein Junge. Final Girl Kraft kanalisier... Ja, ey. Nice. Deil. Mein Gott. Und der Arsch hat die Kraft des letzten Mädchens in jedem Horrorfilm gefunden. Hier in dieser Hütte. Jetzt kämpfen wir uns raus. Du zuerst, Final Girl. Äh, ich weiß nicht so recht, Leute. Ich weiß nicht so recht, Leute. Über das DLC sind wir hier weiblich, okay? Äh, die da einfach Ruhe wird. Jetzt geht er raus und tritt den Monstern in den... Ah, 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 ah. Oh ja, es geht los, Freunde. Zorn, zorn. Spürt den Zorn von Final Girl. Schnapp sie, Popo. Oh nein. Final Girl würde mich in jedem Film überleben. Von der halte ich mich fern, Baby. Ich bin raus. Tschüss. Kampf starten. Okay, Wunderarsch. Teste deine Final Girl-Kräfte mal an den Monstern. Aber echt geil, ne? Also ich find's irgendwie cool. Ja, versuch nicht zu starten. Ist zwar ein bisschen diskriminierend gegen Männer, aber... Hey, komm schon. Was soll's. Ach, was auf den Werkzeugen, die du da hast. Ja, ja, danke. Blutsäge. Eine Sägefalle, die für drei Runden aktiv bleibt. Okay. Hä? Hallo? Achso, ich hätte mich nicht wegbewegen sollen, oder was? Abbrechen. Moment, so. Ich soll hier stehen. Sorry, war grad etwas verpein. Okay, los geht's. Ich hab Mäuler mit euch zu stopfen. Geil. Es wird blutig. Der Schnitt sieht bimbel aus, Mr. Monster. Von dem ganzen Blut wird mit Mary Crunch übel. Zack, alles klar. Ich verstehe, wie die funktionieren. Eine Girl ist ja schon klasse, aber muss das Ganze... Zeig, was du kannst, Wunderarsch. Ja, ja, ja. Ich bin schon krass. So, bewege dich auf das vorgegebene Feld. So. Äh, Hammerbombe. Lass sie bei einem Gegner explodieren. Ja, würde ich sagen, bei dir her. Oh, interessant. Detonieren. Alter, das ist ja geil. Also nochmal zum Mitschreiben, damit auch ich mir das jetzt, äh, für die kommenden Spielstunden merke. Ich platziere irgendwo eine Hammerbombe, kann mich da nochmal irgendwo hin bewegen. Und dann kann ich mir noch aussuchen, in welche Richtung die gestoßen werden. Auf geht's. Huah. Bam. Ja, sollst du ja auch kriegen. Tschüss. Oh, hey, die eine Kraft haben wir aber noch gar nicht gesehen, die da auf Quadrat liegt. Aber hey, egal. Ultimative Power. Fein finale Rache. Exekutiere Gegner mit niedriger Gesundheit. Nice. Alter, wie geil. Okay, los geht's. Äh, was? Miau. Ha, 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 ha. Miau. Was ist das für eine kranke Scheiße? Es ist voll geil. Oh, Batterie ist gleich leer. Egal, die Aufnahme ist auch gleich bei, äh, Aufnahme ist auch gleich zu Ende. Hm, irgendwas stimmt mit den Monstern nicht. Auf sie! Ihr seid doch verrückt! Okidoki. Ja, wir sind alle wahnsinnig. Ha, ha, ha. Ciao. Moment. Ja, hat er. Ist geil, oder? Mein eigener kleiner Darmbewohner. Nur mal ganz kurz, was ist denn das jetzt? Äh, verursache Schaden, Rückstoß und Bluten. Also, Bluten ist, ähm, praktisch jetzt so das zentrale Thema dieser Klasse. Da kann ich eigentlich das eine Artefakt dann mal austauschen, was Bluten bei Gegnern bei perfekten Treffern verursacht. Aber wir legen erstmal unsere Fallen hier hin. Säck! Wie soll ich krisprig bleiben, wenn ihr alles vollblutet? Aus die Uhr! Nächstes Mal mit Schutzbrille! Was mich nicht umbringt, macht mich perfekt wütend! Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zum M-M-Machen! Alles klar, äh... Dann macht den doch mal in Machtgeschwindigkeit platt. Aber, ja, aber meinen Leuten, wollte ich gerade sagen, meinen Leuten macht das nix, ne? So, eine Rätselbrutze. Ausgezeichnet. Oh nein, ich bin noch lange nicht fertig, Bräunchen. Warte mal, welche Reichweite hat denn nochmal der Hammer? Okay. Vorbereiten. Oh lol, ich kann sogar hier hingehen, da bin ich sogar recht sicher vor den Gegnern. So. Und jetzt stoße ich den direkt... zu mir. Ach so, nein, da war ja noch der unsichtbare Jimmy. Lol, der war so unsichtbar, ich habe ihn selber nicht gesehen. So. Geminzt und beerdigt. Oh, ich habe keine Angst im Dunkeln. Schon seit ich zwölf bin nicht mehr, du Trottel. Sag tschüss. Aber das fand ich jetzt irgendwie cool gemacht, ne? So, wie du in dem Schuppen dir die einzelnen Waffen zu selber zusammengesucht hast. Echt cool. Ja. Ultimativ kraftbereit, alles klar. Ah, ich bin noch gar nicht dran. Und die sind schon fast tot, Alter. Okay, gut, dann würde ich sagen, ganz zum Schluss nochmal Jimmys Superkraft, okay? Zoom, zoom, zoom. Ja, das hoffe ich doch. Kürbiskopf-Kostüm und ein Kürbiskopf. Vergiss es, ich behalte erstmal das Outfit, das sieht voll geil aus. Ich mache aber das Make-up ab. Das passt nicht mehr. Und die Brille auch. Moment, das ist kein Monster, das ist eine Maske. Erst verschwinden die Betreuer und jetzt wollen uns Leute mit Masken aus dem Kämpfer scheuchen. Was geht hier bloß vor? Hey, das ist wie in dieser Scooby-Doo-Folge. Wunderarsch, dein Kampfstil erinnert mich an die Mädchen, die am Ende von Horrorfilmen nie sterben. Gute Arbeit, aber das ist erst der Anfang. Dr. Timothy, hast du was gefunden? Es ist schlimmer als wir dachten, Jimmy. Treffen wir uns im Speisesaal, ich muss euch was zeigen. Welche Folge war denn das nochmal? Glückwunsch, Wunderarsch. Du hast dir das Superschnüffler-Abzeichen verdient. Äh, okay. Du verdienst Abzeichen, indem du Dinge im Camp erledigst. Das ist nützlich und macht auch noch Spaß. Cool, was? Fühl dich geehrt und jetzt sammle sie alle. Oh, okay. Das ist, glaube ich, der Pokémon-Spruch eigentlich. Aber hey, was soll's. Okay, Leute, Harfers hat euch wieder ein kleines bisschen Spaß gemacht heute. Ähm, ja, wie gesagt, ich werde den DLC jetzt so lange spielen, bis er zu Ende ist. Bis dahin kommt erst mal kein neues Let's Play. Aber hey, komm. Ich find's echt voll cool gemacht, die Horror-Thematik. Ich bin ja generell Horror-Film-Fan. Lasst mir bitte noch eine Bewertung da. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Noch besser wäre ein netter Kommentar, in dem ihr mir sagt, wie es euch gefallen hat oder ob ich irgendwas anders oder besser machen soll. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Haut rein! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.